mit 20.000 Hardcore-Members! Jo mo Leute, Basketup, wir haben neues Live-Kommentary am Start, hier mit den ganzen Leuten. Begrüßt euch mal. Hallo, du Ruhn. Dankeschön, das war sehr nett, das höre ich immer wieder gerne. Wir spielen eine Runde, Boden Krieg. Und ich habe wieder einen dicken Lachflash auf dem Face. Christian, Christian. Aslachs, da ist er wieder. Aslachs ist wieder da. Ich hab mir da so mal angeguckt, was denn mit Tasten ist. Was, was? Oh, da haben wir aber eine große Auswahl, Jemen oder Jemen. Was nehmen wir denn? Das sieht gar nicht aus. Halt auf, jetzt bei Zufall kommt die Herrschaft auf Jemen. Nein! 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 Wer will meine Handynummer? Keiner! Aber die Gegner sind doch voll genug, schau mal an. Aslachs, Alter. Bestimmt so ein Typ, also jetzt nix gegen... Ne, ne, ich lass es am besten. Ich lass es am besten. Das kommt wieder Kommentare. Öh, du bist ja voll der Rassist. Nein, ich hab auch ausländische Freunde. Zum Beispiel Muhammad Ali. Abschluss bestätigt. Let's get ready to rumble. Oh, rumble. Ich hab keinen Tag gehört, Alter. Bum-bam-bo-da-bam. Es geht los und ich geh... Ach, wie willst du Modus? Lol, ich hab keinen Abschluss bestätigt, oder? Best am Modus ever. Es geht nicht. Nein, ich suche uns doch gar nicht gleich wieder. Ey, wo ist der? Er legt sich auf... Von hinten! Ey, lol! Was ist... Ey, komm, wie lecker, ey. Einer ist an uns am Spawn. Und wie, das ist ein Bug, oder? Ich hab echt keine Zwiebel. So, Alter! Jetzt schneid der mich weg, Mann! Ey, ich hasse Boden-Krieg. Das ist so ein Scheiß-Modus. Nein, ich mag den Modus eigentlich, aber... Ja, wenn man das reißt. Hier sind so viele Gegner für den Sinn. Ja, du kannst einfach nicht... Weil... Entweder von vorne kommt ein Gegner, oder von hinten, oder von links, oder von rechts. Da kommt... Ja, gleichseitig. Ja, überall. Oder von unten. Ja, überall. Da kommt immer ein Gegner, da kannst du... Oh, 1 zu 4 läuft bei mir auf jeden Fall! Läuft! Wir haben den Vorteil errungen! Eine starke Sechsa-Kadé von hinten! Bum, bam, boah! Wer ist mit der Look zu, Alter? Der sendet mir schon... Ey, lass mal machen! Lass mal machen! Lass mal machen! Äh... Für das nächste Live-Kommentary dürfen die Leute... Hört... Hört mir mal zu! Hört mir mal zu! Hört mir mal zu! Lass mal machen! Für das nächste Live-Kommentary dürfen die Leute eine Begrüßung in die Kommentare schreiben. Das heißt, hallo du... Und dann irgendein Wort! Okay? Machen wir so! Okay, das heißt... Denkt euch mal ein tolles aus, oder? Wir haben die Führung übernommen! Luisa kennst! Ja, genau! Ja, das kann's auch voll! Hallo Luisa, dein kleines Schwanz! Okay, alles klar! Dankeschön, Dankeschön! Das ist trotzdem! Nein, nein! Müsstest du Luisa-Mikro-Penis? Hihi! Mikro! Einen Mikro, genau! Nein, man ist nicht lustig, was wahr ist! Ja, stimmt! Nein! Ja, stimmt! Das ist dann... 3 mm Nahkampf stattdessen! Oh! Oh! Action! Ey, ich hab keine Kriegsbilder und ich bin jetzt schon auf'n Sack, Alter! Lass doch mal... Wer ist so geil und hat nen Orbit bekommen? Weil der hat mich grad voll gerettet! Weil ich hab' den Kuhl, Alter! Was? Du hast den Kuhl bekommen, man sieht das doch! Sofort alles für den roten Pfeilen, geil! Ja, wohin denn sonst? Ja, wohin denn sonst? Ja, alle auf allen! Ja, wohin denn sonst? Ja, wohin denn sonst? Hat alle auf allen... Ja, sie hat alle auf allen gegangen! Boah, wie erschluckt! Scheiß Nutte, ey! Fit-Macker! Ja! Was steht denn noch? Boah! Hat die Drohne näher ziehen! Ey, Luis! Ja? Mach mal einen an der Drohne! Mach mal einen an der Drohne! Hab' ich! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, der Vorräte unterwegs! War am besten auf zehn andere, Leid von Jerry! Wir machen noch ein paar! Hey, lol! Du spawnst genau in seiner Marke! LOL! Keinen wird drauf mit dem Blitzschlag, geil! Alter! Mann, letzte Runde noch so übel abgegangen! Und jetzt... Boah! Reiter von hinten! Ey, die kommen immer von hinten! Die Münchner! Joll! Ich hab' die im Blitzschlagen! Abschuss bestätigt! Sechs bis sieben, das ist die Karriere! Ey! Ey! Ich richte meine Geiche, Leid! Ey, guck mal! Aber ich weiß nicht, der, wie sie da kennen kann! Aber auch gegangen! Och nein, ey! Einen vom... Okay, nicht einen davor! Wär toll gewesen! Da ist er, ja! Bim bam! Bura bam! Bura bam! Bura bada bim bam! Alter! Der ist nachgezogen! Wo komm' die her, Digga! Ach was, Mann! Den wilden Mecker! Erwescht! Der killt mich mit seiner Piss, Leid! Hätet ihn allemal! Der heißt Nikolas Weyer! Der spielt aber Piss für Ongy! Der rennt von mir! Wie trifft der mich? Ach, aufm Boden! Ach so, und ich dachte schon, du könntest spielen! Genau, ja! Ey, ich glaub' ne 4er KD ist drin, ey! Ich glaub' ne 2er KD ist drin! Ich glaub' ne nö 2er KD ist drin! Ich glaub' ne nö 2er KD ist drin! Ich glaub' ne nö 2er KD ist drin! Ganz kurz, ey! Wir sind nur ganz kurz Granate! Direkt tot, ey! Keine Chance, Mann! Was ist das? Da kommt noch einer, ey! Oh mein Gott, ey! Manchmal kommt es vor, dass die immer Gangbang machen wollen, ey! Ich brauch'n Orbit, ey! Ich brauch'n! 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 Alter! So, ich hol'n! Ich brauch'n! Wir müssen alle im Haus rumschwimmen! Alles! Wir müssen alle im Haus rumschwimmen! Wem Götchen die Marker? Ey, lass'n mal eine Runde, Evan Rove! Einfach alle in nem Haus kämpfen! Ich brauch'n! Ich brauch'n! Ich brauch'n! Erstmal'n! Zett mit 1er KD! Erstmal'n! Erstmal'n! Eich, wer nie? Ja, ich krieg' kein Orbit. Boah, der leckt da rum! Nein, ich hab' keine Flüge dabei, wie auch immer! Ey, das Game's echt scheiße, Mann! Das ist mein Abschluss, Alter! Das stimmt! Booo! Das ist nöt an Ernst! Across the map! Das ist nicht nötig! Das ist nötig! альt eine Erschung! Booo! Das ist nicht nötig! Das ist nötig! Across the map! 1 vor meinem oh mein Gott Digga was ist heute los dafür gibt es jetzt erstmal eine dicke Bombe 1 vor meinem oh mein Gott Digga wie viel kommt der jetzt von hinten alter was kommt der schon wieder zweite Blitzschlag nix passiert nix ganz ruhig ganz ruhig alter willst du mich komplett verarschen guckt euch das mal guckt euch das mal an wenn das jetzt die Abschlusskamera ist in Abschluss bestätigt gibt es nicht zwei Runden guckt euch das mal an Alter Guck Gluck 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 100 hitmarker Trick Shot gleich Mal wieder ein ey look so Alter du lässt mich zum 100en mal ein Daniel das liegt da ein ab gar leid zu spielen genau meine Freunde dann war es das soweit ich hab mal wieder einen sehr tollen score gehabt nicht das heißt verabschiedet euch mal Freunde Ciao Ah, ich hab euch verarscht, wir zocken nämlich noch ne Runde, ihr Mistgeburten. Ladet mal bitte ein.